und willkommen zurück zu resident evil 7 biohazard so wir haben in der letzten folge den rucksack endlich gefunden jetzt haben wir vier inventarplätze mehr und ich hoffe mal dass jetzt ein bisschen leichter wird den ganzen zweck was wir finden und jetzt würde ich sagen schauen wir auf jeden fall weiter okay hier kann man nicht runter oder unterfallen kann man hier anscheinend nicht so hier haben wir noch keine statu das heißt wir müssen mei mei was ist denn das drecksviecher eins noch da wird man wirklich beschissen so schauen wir uns hier nochmal um hier muss ja noch irgendwas geben wir kommen da auf jeden fall noch nicht durch wir kommen auch nicht in die tür da rein aber ich hatte doch vorher was gesehen kommt mir hier vielleicht raus jawohl strike mei hab doch hier schon lange getroffen mädchen das ist ja furchtbar ey das wollen wir schnell was ausprobieren okay das geht auf jeden fall das ist aber nicht mein ziel eigentlich weil ich will eigentlich munition sparen leute munition sparen ich weiß nicht wie viel ich da noch finde von dem scheiß das ist so ein ding wieder hier oder auf die hudel die träg die träg psychotikum mit dem psychotikum können wir items aufdecken das heißt aufdecken die werden seit ihr sichtbar gemacht wenn wir da vorbeiren würden nehme ich jetzt noch nicht ja spare ich mir noch auf okay da geht es auf jeden fall rein und hier können wir hier machen die träg ich ne kann nicht verwendet werden oh ich glaube da brauchen wir bestimmt eine kurbel denke ich brennere düse ok kraut Mh, können wir das kombinieren? Yeah baby, yeah baby. Sehr geil. Aber ich brauche Platz, Leute, ich brauche Platz. 150, okay. Das wird wahrscheinlich Brennstoff sein, was wir da brauchen. Brennstoff zum Feuern, okay, alles klar. Hier ist ein Spür, oder? Das heißt, wir kommen jetzt normalerweise, können wir jetzt mal den Spinnenschrank, den Spinnenschrank da freimachen. Da kommen wir nicht rüber, da brauchen wir die Kurbel. Da ist aber anscheinend auch nicht viel drin, oder? Vielleicht irgendwie so eine geheime Waffe oder sowas. Okay. Oh. Mein Gott, da brauchst du ganz schön viel. Okay, dann machen wir die scheiß Spinn hier weg. Boah, da muss ich gut Brennstoff suchen, Leute. Starke, flüssige, jetzt ist unser Mineraltal wieder voll, das war klar. Okay. Und kombinieren wir das mit dem hier. Hm, was ist das? Können wir das mal kombinieren? Mit dem? Ne. Mit dem? Ah, okay, Flammengranaten. Munition für den Granatwerfer, okay. Granatwerfer. Granatwerfer haben wir leider noch nicht. Alles klar. So, das heißt, wir können jetzt normalerweise hier weiter. Boah, lecker. Das hat das Munition gekostet. Ich flipp aus. Nein, Gott, kostet das Munition. Ich kriege einen Vogel. Okay, da ist anscheinend eine versteckte Tür. Okay. Mein Gott, ich bin nur gef... Munition ist mir wieder am Arsch. Scheiße. Was haben wir jetzt da? Muss ich das kombinieren, oder was? Festbrennstoff. Kombi? Ne. Ein aus Gerümpel selbstgebäuder Flam... Wie kann ich das kombinieren, oder wie mache ich das? Hä? Das kann ich nicht kombinieren. Okay, vielleicht geht das automatisch dann rein. Wenn das, äh, wenn ich leer bin... Ich hab keinen Plan, Leute. So, gehen wir jetzt lang. Gehen wir jetzt da runter, oder gehen wir... Ah, was ist das? Flüssige Chemikalie. Kann ich das mit dem Brennstoff kombinieren? Kombi? Na, was kommt da denn da raus? Flüssige Chemikalie. Ah, und das kombinieren wir jetzt. Okay, das wird erst gehen, wahrscheinlich... Ah, alles klar. Okay. Sehr gut. Ich bin hier lang. Okay. Alles klar. Man weiß ja, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt... Okay. Okay, haben wir das gecleant. Gesäubert, dann müssen wir, glaube ich... Was waren hier noch? Die waren auch noch so komisch, die Viecher. Okay, ich würde sagen, die rächen wir jetzt auch gleich aus. Wollte ich erst nachladen, oder was? Oh, das ist ein Scheißdreck. Okay, da ist noch... Äh... Hier ist noch Spinnnest. Gezielter Schuss da drauf, und dann war's das. Komm. Scharfschütze. Bam. Boah, das ist noch mal was. Okay, geht's down, oder was? Brennstoff... Oh, sehr gut. Super. Kraut. Nehmen wir das Kraut auch noch mit. Okay, ich würde sagen, ich hätte eigentlich Bock zu speichern. Ich werde aber den gleichen Weg zurückgehen, weil... nicht... ...dass er noch irgendwas triggert, wenn ich da durch die Türs durchkehre. Da haben wir ja keinen Bock drauf, Leute. Ich speichern auf jeden Fall nochmal ab, jetzt. Okay, da draußen... Wir müssen auf jeden Fall hier lang. Durch die Galerie. Oder Wohnzimmer, oder was das da ist. Ein Wohnzimmer. Genau, wir sind jetzt hier durch. Schau mal. Schau mal. Den legen wir mal weg. Den legen wir auch weg. Den legen wir auch weg. Okidoki. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu dem Kamin nochmal hin. Und gehen da unten zu der Tür. Ich schätze mal, dass jetzt unser Weg jetzt ist. So, da geht's noch nisch. Da will ich nicht durch. Da haben wir schon. Ich hab's Gefühl, dass die Markel bald kommt, weil es ja eigentlich ihr Haus ist. So, hier ist nix mehr. Dicke Münze, okay. Oh mein Gott. Okay, dass die Statue. What? Geh bloß weg, du Monstervieh. Ich hab keinen Bock auf dich, Mensch. Oh mein Gott. Erzähl kein Mist mehr mir. Ich will antworten. Ich weiß. Zombie. Ich weiß. Du hast recht. Und ich wollte es dir ja sagen. Aber ich kann mich nur an wen ich erinnern und der Rest ist einfach weg. Der ist schriftlich. Was dagegen, wenn ich mir Mami-Kolz ausleihe? Steh da nicht nur so rum. Tu etwas. Diese Hilfe! Nimm sie mit. Verdammt. Was soll ich jetzt tun? Ah, ich hab jetzt die Statue bekommen. Das heißt, wir könnten normalerweise... Aber es sind die schon wieder. Hier klopft es doch irgendwo. Wir müssen jetzt normalerweise... Den Geheimgang veröffnen können mit der Statue. Oh mein Gott, der schweigert schon. Oh mein Gott, der schweigert schon. Alter. Der schweigert schon. Oh Nein, kommen denn die Fieger her! Ich muss in den scheiß Raum da rein. Wahrscheinlich würde die mir jetzt hier wieder krallen, weiß ich jetzt schon. So, da haben wir ja Zeit, glaube ich. Okay. Aber ich werde das jetzt nochmal schnell abspeichern. Ich glaube, dass die eigentlich optimal gerade gegangen ist. Kraftstoff für den Brenner. Wie habe ich jetzt hier? Okay, das ist meine... Kann ich hier nachschieben irgendwie? Ja. Okidoki. Ich glaube, das sieht gut aus. Ah, die Münze tun wir noch weg, genau. Ok. Mein Geheimgang ist offen. Okidoki. Ich würde sagen, wo es aber dann mit dem Geheimnamen weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn es euch auch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen oder auch über ein Like. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Bis dann. Euer Andi. Bis dann. Vielen Dank.